Hier. Ah! Liebste, sehnlich vermisste Caroline, du fehlst mir unendlich, Liebste. Du fehlst mir jeden einzelnen Tag. Ist da jemand, der sich hier auskennt? Mama hat gesagt, wir sollen ihn bei euch drüben im Vorderhaus empfangen. Aber drüben riecht doch alles nach meinem Mann. Ja, Schüller. Ja, ich will mich, wie er selbst macht. Ja, ich will mich, wie er selbst macht. Ich will mich, wie er selbst macht. Ist das dein Code? Sagen Sie, Schüller, wann bekommen wir denn eine Aufklärung darüber, was zwei Schrägstriche, was einem Dreieck bedeuten? Ich glaube, dass wir beide, Charlotte, sie und ich, noch zu Lebzeiten einer anderen Welt erleben werden. Ich liebe Sie beide. Caroline. Charlotte. Oh mein Gott, sie hat dringend! Aber du darfst nicht deinen Mariage in danger setzen, oder? Könnt ihr denn schwimmen? Nein! Was ist meine Frau? Ihre Frau schläft. So glückliches Paar, wie Sie beiden. Das sieht man selten. Wer ist denn das Oma? Die beiden hatten einen Schwur alles heute geteilt. Er gehört doch zu mir. Es ist ihre Dreisamkeit, die Schüller stets wieder gesucht hat. Sprecher Super